Moin, heute sind wir im Caritas-Zentrum. Martin Böckmann ist der Caritas-Direktor, der Chef von allen. Und Ihnen war wichtig, dass alle Mitarbeitenden, auch die an der Basis, mal zu Wort kommen können. Warum eigentlich? Alle Mitarbeitenden der Caritas Bremen bringen sich tagtäglich mit ihren Talenten und ihrem breiten Erfahrungswissen in unsere Arbeit ein und sorgen letztendlich damit dafür, dass diese hohe Qualität der Arbeit dauerhaft gewährleistet ist und wir auch die Vielseitigkeit unserer Aufgabenfelder so erhalten können. Ich bin verantwortlich dafür, diese Mitarbeitenden für uns zu gewinnen und auch hoffentlich dauerhaft an uns binden zu können. Und um dieses Schiff letztendlich zu steuern und auf Kurs zu halten, da gehören alle mit zu, auch eine gute Mannschaft. Und deswegen ist mir wichtig, dass sich hier alle auch melden können. Und das ist mir wichtig, dass sich hier alle auch melden können.